Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda, schön dass ihr da seid, heute wieder mit einer Partie und einem Video von der Serie Instruktive Klassiker, wo ich euch sehr lehrreiche Partien aus der Schachgeschichte zeige, aus der man und vor allem ihr natürlich was lernen könnt und vor allem mitmachen sollt. Und hier wieder meine Empfehlung an euch, wenn ihr wirklich am meisten mitnehmen wollt von diesem Video und dieser Partie, dann haltet das Video gleich an, holt euch ein Brett, nehmt euch Zeit, spielt die Partie nach an diesem Brett und macht euch dann wirklich Gedanken über die Fragen, die ich euch stelle. Macht euch Gedanken über die Fragen, die ich euch stelle, versucht die Lösung zu finden und wenn ihr die Lösung nicht gefunden habt, versucht dann diese Lösungen ein bisschen zu verinnerlichen, dass sie wirklich vielleicht in eure Überlegungen und Gedanken möglicherweise mit reingehen in euer Schachspiel, sodass ihr wirklich was davon mitnehmt. Und ihr wisst es, am besten, oder wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich es euch jetzt, am besten lernt man eben, wenn man aktiv ist, ne. Nicht ein Video schauen, ist oft passiv konsumieren, das Gehirn arbeitet am effektivsten, wenn man etwas aktiv macht. Und genau das ist dieses aktive ein Brett aufbauen, sich selbst Gedanken machen, deswegen ist das immer meine Empfehlung an euch, um am meisten aus diesen Videos und Partien zu ziehen. Okay, ich zeige euch hier eine Partie jetzt von Weiß, Tarasch gegen Theodor von Schewe, los geht's. Die 4, die 5, wir haben hier einen Damen-Gambit auf dem Brett, Springer C3, Springer F6, Springer F3, das kann man hier alles machen, das ist alles ganz solide, Damen-Gambit ist eine der solidesten Eröffnungen, die man eigentlich spielen kann. Läufer E7, Läufer F4, C6, E3, das kann man alles machen, bisher alles ganz normale Züge. Springer D7, H3, kann man machen. Eine Idee ist vor allem, um auf Springer H5 immer ein Rückzugsfeld für seinen Läufer zu haben, denn ansonsten nach sowas kann Schwarz durchaus mal den hier spielen und diesen Läufer abtauschen, weil der schon relativ stark ist hier. Also H3, um diesem Läufer ein Rückzugsfeld zu geben und diese Eröffnung hat geschlossenen Charakter. Es wurden noch keine Bauern getauscht, es gibt keine offenen Linien, beide Seiten stehen sehr solide und in diesen geschlossenen Stellungen hat man im Gegensatz zu den offenen Spielen mit E4, E5 oder Sitzianisch mehr Zeit. Es gibt hier keine konkreten Drohungen und keine gefährlichen Möglichkeiten für beide Seiten, es ist eher eine strategische Stellung, wo man auch langfristige Pläne entwickeln kann und vor allem hat man auch die Zeit für so einen Zug um H3, um seinen Läufer zu schützen, weil er eben wichtig ist für das Läuferpaar. Und das ist anders bei eben Sitzianisch oder so, da kann man nicht so viel Zeit verlieren, weil der Gegner die Zeit auch nutzen kann, um selbst aktiv zu werden. Das geht hier nicht, hier herrscht eine andere Dynamik. Und Schwarz spielt jetzt Springer E4 und das verstößt natürlich schon so ein bisschen gegen die Entwicklungsregel. Ja, irgendwann spielt man Springer E4, aber das hätte Schwarz auch deutlich später machen können. Weiß tauscht den jetzt raus und Schwarz hat übrigens gesagt, zu diesem Zug Springer E4, es wäre der entscheidende Fehler dieser Partie gewesen. Wow, wir sind hier im siebten Zug, ein relativ normaler Springer Zug und Tachas sagt, das ist der entscheidende Fehler der Partie und wir werden mal schauen, was er damit meint. Springer D2 greift diesen Bauern an, Läufer B4, fesselt den Springer, ja ihr seid dran, was ist hier ein ganz natürlicher Zug, ein ganz logischer Zug. Schwarz hat natürlich jetzt diesen Springer gefesselt, wir wollen den Bauern gerne nehmen und deswegen ist es hier einfach sehr logisch, diesen Läufer zu befragen. Und wenn Schwarz jetzt nicht diesen Bauern verlieren will, muss er natürlich tauschen und jetzt hat er seinen Läufer aufgegeben. Und das hat natürlich Folgen, was hat das für Folgen? Ihr könnt euch mal überlegen, was könnte das Problem sein, dass Schwarz jetzt diesen Läufer aufgegeben hat. Worauf ich jetzt hinaus möchte ist, schaut mal die ganzen Bauern, ich stelle alle auf Weiß und hier gibt es natürlich schwache, schwarze Felder. Er hat seine schwarzen Felder geschwächt. Der schwarzfällige Läufer wäre ein guter Verteidiger dieser Felder, den gibt es jetzt nicht mehr. Schwarz rochiert. Weiß spielt jetzt Name C2, geht auf diesen Bauern drauf und jetzt kommt F5 und das sorgt natürlich nicht dafür, dass unbedingt diese Felder alle besser werden. Weiß spielt Läufer D6, Turm E8, Lange Rochade, Springer F6. Ja, wo geht der Läufer hin? Wo würdet ihr den Läufer hinstellen? Das ist jetzt meine nächste Frage an euch. Es gibt ja einige Felder. Natürlich auch noch weiter zurück. Ja, und das aktivste Feld ist natürlich ganz klar E5 hier im Zentrum und da hat Taras seinen Läufer auch hingestellt. Und jetzt sehen wir natürlich schon, dieser Läufer ist eine sehr, sehr gute Figur und schaut euch mal diesen Läufer an. Der ist natürlich sehr schwach und hat sehr wenig Felder. Schwarz spielt jetzt trotzdem erstmal Läufer D7. Und jetzt ist ein entscheidender Moment. Wir sind als Weißer im Prinzip fast fertig entwickelt und wir sollten uns jetzt mal Gedanken über einen Plan machen. Und wir werden das sehr schön in dieser Partie sehen, wie Weißer seinen Plan, den er jetzt entwickelt und den er wahrscheinlich schon in diesem siebten Zug entwickelt hat, umsetzt. Konsequent umsetzt und damit die Partie gewinnt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das heißt, es ist oft manchmal auch eine Frage des Plans. Und hier könnt ihr euch ja mal Gedanken machen über einen Weißen Plan. Und ich spreche wirklich von einem längerfristigen Plan. Also, es gibt bei Plänen natürlich auch immer mehrere Möglichkeiten. Nicht immer gibt es ja einen ganz klar besten Plan. Aber hier ist es eigentlich schon relativ eindeutig. Weiß, was wir erstmal sehen, wir haben entgegengesetzte Rochaden. Das spricht natürlich immer schon mal für Angriffschancen. Und was will man machen bei entgegengesetzten Rochaden? Man will gerne Linien öffnen. Ich will hier irgendwo Linien öffnen, damit ich angreifen kann. Und ich habe es gerade schon so ein bisschen eingezeichnet. Dieser Läufer, der macht natürlich hier Druck. Und tatsächlich hat der Weiße sich das hier als Angriffsziel, den Bauern G7, auserkoren. Deswegen, was hier durchaus ein guter Zug gewesen wäre, eine Möglichkeit gewesen wäre, wäre zum Beispiel G4. Sofort mit der Idee, die G-Linie zu öffnen. Wenn Schwarz den nimmt, dann nehmen wir den wieder. Und in solchen Stellungen opfert man auch gerne mal Bauern für Linienöffnung. Und hier ist es nicht mal ein richtiges Opfer, weil auf den hat man natürlich auch Dame E4. Und jetzt seht ihr, alle Figuren sind sofort im Angriff. Und Schwarz hat so gut wie keinen Verteidiger. Das ist schon völlig gewonnen, wer weiß. Deswegen kann ich tatsächlich Schwarz nach G4 schlecht den nehmen. Aber wir können dann eben danach Tom G1 spielen, die die G-Linie öffnen und kriegen dann unsere G-Linie. Tarasch hat es jetzt anders gemacht. Er hat F3 gespielt. Und was Schwarz jetzt hätte machen sollen, ist einfach stehen lassen und versuchen, sein Heil im Angriff zu suchen. Und auch das Nehmen kann man hier einfach wunderbar mit dem Springer wieder nehmen. Stattdessen nimmt jetzt Schwarz hier und jetzt öffnet er natürlich den Weißen auch die G-Linie. Zusätzlich hat er hier noch die gute Zentrumskontrolle. Kannst vielleicht sogar nochmal den vorziehen. Also dieses Nehmen, keine gute Idee. Schwarz spielt B5. Und jetzt seid ihr dran. Weiß am Zug. Was machen wir? Ja, wir führen jetzt natürlich einfach unseren Plan durch. Was man jetzt hier nicht machen sollte, ist hier tauschen. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Dann geht die Ziellinie auf und auf einmal kriegt Schwarz so ein bisschen Gegenspiel dadurch. Was wir auch nicht machen sollten, ist hier vorgehen. Was ist das Problem, wenn wir hier vorgehen? Warum sollten wir das nicht tun? Bevor ich es sage, könnt ihr gerne auch selbst darüber nachdenken. Wir schwächen ein großes Feld, nämlich das Feld D5. Und jetzt kann der Springer dahin. Und der steht hier einfach gut. Der kann hier nehmen. Der Computer sagt, es ist immer noch klar besser für Weiß. Aber es ist unnötig, dieses Feld zu schwächen. Stattdessen, Schwarz droht ja auch nichts. Wenn er hier tauscht, dann nehmen wir mit dem Läufer wieder. Wunderbar, werden wir nur entwickelt. Also Turm G1. Schwarz spielt Turm F8, um mal diesen Springer zu decken. Um auch der Dame zu... In der Stellung kann Schwarz nie die Dame wegziehen, weil dann der Springer hängt. Weil der E-Bauer gefesselt ist. Also Turm F8. Aber er ist natürlich ein bisschen passiv. Ihr seid dran. Wie machen wir weiter mit unserem Plan als Weißer? Wenn wir das hier als Schwäche ausgemacht haben. Ganz logisch. Wir holen den nächsten Turm ran. Turm D2. Wir verdoppeln einfach unsere Türme. Turm F7. Das war auch eine andere Idee von Turm F8. Turm E7 wäre nie gegangen, weil dann der Springer hängt wieder. Deswegen Turm F8, Turm F7. Aber es ist natürlich ein bisschen passiv. Schwarz versucht in dieser Stellung jetzt erstmal den weißen Angriff aufzuhalten. Weil der schwarze Angriff natürlich auch... Es ist schwer zu sehen, wie der durchschlagen soll. Es kommt jetzt A5. Gerade sage ich es. Schwarz versucht sich zu verteidigen. Jetzt nimmt er sich aber einen Zug Zeit, um durchaus mal selbst irgendwas zu probieren. Vielleicht mit A4, B4 irgendwie Linien zu öffnen. Ihr seid dran. Wir machen wir weiter mit dem Angriff. Was wir natürlich brauchen für so einen Angriff, ist unsere Dame. Ganz klar. Zu jedem angewirkten Dame. Und deswegen... Ja, ihr könnt euch ja mal auf dem Brett ein Feld suchen, wo ihr eure Dame gerne hättet. Das ist die sogenannte Wunschfeldmethode. Wenn ihr mal keinen Plan habt, kann das durchaus eine Möglichkeit sein, diese Wunschfeldmethode. Ihr guckt euch Figuren an, die noch nicht so gut stehen. Und guckt mal, wo ihr sie gerne hättet. Es gibt nicht immer gute Wunschfelder. Und manchmal gibt es Wunschfelder, wo man nicht hinkommt. Aber manchmal kann das eben auch zu einem Plan führen, wo man sagt, oh, das sind Wunschfelder, da komme ich hin. Und dann weiß ich, wie ich die nächsten Züge spiele. Und das ist tatsächlich hier möglich, dass man sich überlegt, wo hätte man so eine Dame gerne. Die soll natürlich hier mitmachen beim Angriff. Ganz wichtig, die sollte hier nicht auf G3 davorstehen oder so. Die beste Kombination ist meistens Turm-Dame-Turm. Also in dem Sinne wäre dann Turm-G3 besser. Aber Lasker hat sich jetzt hier ein anderes und besseres Feld für die Dame. Taras hat sich ein besseres Feld für die Dame ausgesucht, nämlich h6. Der Begeber ist hier gefesselt und deswegen kommt jetzt hier Dame f2. Schwarz spielt Springer e8. Deckt den und verhindert natürlich unseren Plan irgendwie nach h6 zu kommen. Ja, ihr seid dran. Was könnten wir dann machen, um diesen Plan trotzdem durchzuführen? Ihr seht jetzt wirklich die nächsten Züge und überhaupt bisher die letzten Züge alle folgen. Einfach diesem Plan auf g7 zu gehen und jetzt zusammen mit diesem Plan die Dame nach h6 zu bringen. Deswegen spielt jetzt weiß hier Turm g5. blockiert diese Dame und droht jetzt Dame h4. h6 ist jetzt keine sonderlich gute Idee. Der schwächt dieses Feld extrem. Und jetzt droht natürlich schon sowas wie auf h6 zu nehmen, weil der gefesselt ist. Und das schwächt einfach nur weitere Felder. Und der Turm hier steht noch viel gefährlicher als auf g5. Deswegen sagt sich Schwarz, ich schwäche hier lieber nichts, sondern spiele erstmal Dame e7 und hole nur noch weitere Verteidiger gegen g7 ran. Weiß spielt jetzt Dame h4. Jetzt geht der Springer wieder zurück und Weiß spielt jetzt natürlich folgerichtig Dame h6. Schwarz spielt Turm a7. Auch mit weiterer Verteidigung gegen diesen Bauern, äh, des Bauern g7. Das Schwarz möchte danach mal sowas wie Lauf e8 spielen und dann hat er diesen Punkt g7 wirklich gut gedeckt. Und es ist oft so, dass man so eine Angriffspartie nicht einfach nur mit Angriffszug, Angriffszug, Drohung, Drohung und dann schlägt man irgendwas weg, beendet. Sondern meistens muss, kommt dann der Moment, wo Taktik fällig wird. Irgendwann muss man mit Taktik weiterkommen und deswegen natürlich auch oft die Empfehlung Taktiktraining. Ja, das solltet ihr nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, da solltet ihr großen Wert drauflegen. Taktik, Taktik, Taktik. Taktik, denn wenn ihr so eine Angriffspartie gewinnen wollt, dann braucht ihr die und jetzt ist so ein Moment gekommen. Haltet das Video gerne an. Macht das im besten Falle auf eurem Brett, was ihr nebenbei aufgebaut habt. Und versucht mal den Zug zu finden, den Weiß jetzt gespielt hat, um hier mit dem Angriff weiterzukommen. Ja, das Problem ist halt, dass G7 natürlich einfach effektiv gedeckt ist. Dreimal, äh zweimal, oder dreimal mit dem König und wir auch dreimal angreifen. Und deswegen richtet sich jetzt der nächste Zug darum, einen Verteidiger wegzulocken. Läufer D6. Die Dame findet jetzt kein Feld mehr, auf dem sie G7 decken kann. Deswegen muss ich den nehmen. Und jetzt kommen wir hier mit Turm G7 rein. Schwarz kann natürlich nicht, ähm, wieder nehmen. Weil, äh, es direkt matt ist, Dame G7. Und da auch der Turm hängt, kommt jetzt natürlich Turm König F8. Aber damit geht er hier ins Abzugsschach rein. Und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt ja mal, ähm, das Video anhalten und versuchen herauszufinden, was Taras jetzt gespielt hat. Und es gibt aber noch einen besseren Zug. Ja, der bessere Zug ist, wenn ihr den findet, dann seid ihr Genies. Den zeigt mir Stockfish hier an. Also versucht das mal. Was natürlich klar ist, wir haben hier einen Abzugsschach. Was jetzt nicht, also wenn wir jetzt hier nehmen, kann man auch machen. Hier nehmen, dann Turm G7 Schach, König E8 und dann nehmen wir den. Das wäre jetzt auch eine sehr, das wäre wahrscheinlich sogar die simpelste Variante. Einfach die Türme tauschen, Turm G7 und dann diesen Springer wegnehmen und wir stehen weiterhin voll auf Gewinn. Taras hat das so ähnlich gemacht. Er hat jetzt halt erst auf H7 genommen, ist er trotzdem Abzugsschach. Der König geht jetzt in der Partie nach hier. Jetzt tauscht er hier ab, spielt Turm G7 und nimmt da. Das heißt, wir haben dieselbe Variante wie eben, nur dass wir noch den H7 gewonnen haben. Und hier gab jetzt Schwarz auch auf. Denn es droht ja auch Turm G8 Matt und Schwarz kann das kaum verhindern. Der beste Zug ist wahrscheinlich noch Dame F8, um dieses Matt erstmal zu verhindern. Aber dann kommt hier einfach so ein Schach. Der König muss nach hier. Und Turm G8 und die Dame ist weg. Und jetzt will ich euch nochmal zeigen, was hier in dieser Stellung der bessere Zug, also der laut Stockfisch beste Zug gewesen wäre. C5. Wow, man greift einfach die Dame an. Warum? Wie geht es jetzt weiter? Haltet das Video gerne an und versucht mal rauszufinden, was hat mir C5 gebracht. Und ich verrate es euch, wir können jetzt Matt setzen. Wir können jetzt hier tauschen. Und jetzt können wir hier mit der Dame in Schach geben. Der König muss hier runter. Und jetzt geben wir hier in Schach. Springer kann auch davor oder nicht. Aber der König geht nach hier. Und dann kommt Turm G7 in Schach. Und jetzt sehen wir, warum wir C5 gespielt haben. Jetzt kommt der König nicht mehr nach D6 raus. Also hätten wir in dieser Stellung das so probiert. Wir haben vor allem die Dame abgelenkt. Das ist noch der andere Punkt. Hätten wir das jetzt so probiert, kann jetzt in dieser Stellung die Dame dazwischen. Das ist natürlich der andere Punkt. Wir haben die Dame vor allem abgelenkt, dass die nicht nach F8 kann. Ja, C5. Sensationell erzugt, wenn man den findet. Aber das andere ist natürlich viel einfacher in der Praxis und gewinnt auch. Und ja, ich finde eine ungemein instruktive Partie. Also nochmal, Lasker, ich sage immer Lasker, warum sage ich immer Lasker? Tarasch natürlich. Tarasch sagt, das ist schon der entscheidende Fehler von Schwarz. Und warum? Er sieht, beziehungsweise Läufer B4 sieht er vor allem als entscheidende. Also er sagt Springer E4 schon nicht so gut, aber Läufer B4 sieht das als entscheidenden Fehler. Weil er jetzt schon das gesehen hat, was kommt. Er hat jetzt schon die Konturen gesehen, dass er mit Dame C2 F5 erzwingt, dass er dann lang rochieren kann. Dass die schwarzen Felder schwach werden, dass er seinen Läufer irgendwann nach E5 kriegt. Und dass er dann die Gehlinieopfertung öffnet und gegen G7 spielt. Das hat er jetzt schon erkannt. Und wenn man diesen Plan natürlich jetzt schon hat, dann spielt sich diese Partie, wie wir gesehen haben, wie aus einem Guss. Ich mache es nochmal im Schnellleuchgang. Läufer nachher gestellt, Gehlinie geöffnet, Gehlinie besetzt, verdoppelt, Dame rübergeholt, Dame nach H6 geholt und taktisch zugeschlagen. Es war wirklich wie aus einem Guss durch diesen Plan. Und das soll wieder zeigen, wie sehr ein Plan hilft. Hilft euch, die nächsten Züge zu spielen und weiter zu kommen. Ansonsten muss man halt immer nur Zug für Zug arbeiten. Das ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Gerne auch einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.